Ein großes Wissen im Unternehmen hat sehr viele Vorteile. Um den Prozess der Wissensaneignung zu maximieren und zu vereinfachen, gibt es nun in der REX Suite die REX Mediathek. Hier können Sie ganz einfach und bequem innerhalb des Unternehmens Inhalte teilen und erstellen. Verarbeitet werden können alle Arten von Medien, von Blogbeiträgen bis zu Videos. So können alle Informationen unabhängig von Größe und Anzahl ausgetauscht werden, um die Arbeit noch effektiver zu machen. Die Mediathek ist sehr übersichtlich aufgebaut. Inhalte sind in Kanälen organisiert und diese lassen sich favorisieren oder abonnieren. Aufzeichnungen, welche mit dem REX Video Chat gemacht wurden, werden auch in der Mediathek abgespeichert, sodass eine spätere Beurteilung oder Analyse einfach möglich ist. Sollte beim Betrachten des Beitrages Fragen aufkommen, lässt sich schnell ein Kommentar oder direkt eine Frage an den Autor verfassen. Eigene Kanäle können selbstständig erstellt und verwaltet werden, sodass jeder im Unternehmen etwas für den Wissensaustausch tun kann. Doch wer diese Beiträge sehen soll, falls die Information nur für eine bestimmte Gruppe an Personen gedacht ist. Falls ein Beitrag von den Mitarbeitenden betrachtet werden soll und dieses sicher sein soll, lässt sich eine Lesebestätigung einrichten. Jetzt sieht man genau, wer welchen Beitrag wann gesehen hat. Im Verlauf ist genau gewistet, welches die letzten betrachteten Beiträge waren. So lässt sich schnell ein in der Vergangenheit geschautes Video zum Beispiel finden, um verlorenes Wissen wieder aufzufrischen. So einfach ist der Wissensaustausch dank der Rex Mediathek. und bis zum Beispiel der Wissensaustausch auf den verschiedenen Monaten Absatz in der Verlauf ist. So einfach ist das Video zu sehen. So schnell wieder aufstehen, wie das subsidiert wird. So schnell wieder aufstehen gehen.